So, halli hallo Leute, wieder ne neue Session, noch mal sehen wann ich die dann irgendwann mal hochlade endlich, ähm, Guppy ist hier, äh, genau, und der hat sich schon verdrückt und hat da oben irgendeine Kiste geöffnet, ähm, wie ich mich gerade erinnert hab, hab ich letztens noch einen neuen Revolver gefunden, kommt mal hier her, ich hab hier was Terrible Scattergun und hab ihn gesehen, mit 480 Schaden, wie bist du da hochgekommen? Äh, naja, er kommt doch mal hier aus dem Haus hinten raus, der ist doch ein Einzelspieler gespielt, deswegen, da auf den Reifenstapel, aber das ist doch, oh, Schrollfinder ist doch eh deiner, ja, ja, hier, hab ich letztens gesehen, 12x24, und 12x24, immer mit Feuer und immer ohne, und die mit Feuer ist in allem besser, ehrlich, die mit Feuer ist in allem besser, und hat sogar noch, die hat fast ein dreifach, wie sie hier so ne Rotze, ne, ich hab 50x11, ne, ich mein, die beiden, die jetzt hier liegen, da ist die Feuer in allem besser, aber, äh, außer dassel, außer dassel, ja, 14x12, ich hab 50x11, ähm, aber du hast was, achso, ja, aber die schießt 3 Projektile auf einmal, und halt noch Feuer, ja, gut, ich pass doch mal aus, vielleicht, aber die, dafür ist die andere hier viel teurer, hä, und die schießt auch 3 Projektile auf einmal, ja, ich hab letztens schon vergleicht, wo ich Einzelspieler echt auf jeden, äh, jeder verschissene Mission, und jedes verschissene Vieh mitgenommen hab, hab ich das schon mitgekriegt, dass teilweise manche Waffen total sch, wachsinnig bewertet sind. So, boah, das muss dann ja unser Ding sein. So, Fahrzeug generieren, das schöne, meine Lieblingsfarbe, nicht. Irgendwo fehlt doch einer, aber ich will diese, ja, ich bin noch im Laden, aber ich will die 50x11 nie weggeben, die macht übelst viel Schaden. Na, dann nimm sie doch, und gib uns eine von den anderen zum Beispiel. Ja, wer will die 14x12 mit Feuer haben? Gubi kann ihr zum Beispiel nehmen, oder? Mega. Wirst du auch einen Schrotflinter haben. Also, ich hab eigentlich, ich hab zwei Pistolen-Varianten und meine Scharfschützengewehr, also, ich hab drei Unschütze-Munitionsorten. Ja, eigentlich, wie ganz vorne bist, wäre eigentlich schon ziemlich doof. Ja, deswegen nimm du mal lieber. Äh, warte, warte, warte. Aber, es geht vor allem darum, dass du jetzt auf 3 Slots, 3 Munitionsarten hast, falls die Munition ausgeht von einer Waffe. Darum geht's vor allen Dingen. Ja, ich hab ja ne Raketenwerfer, der leer ist. Ja. Und die schießt aber auch 3 Schuss auf einmal. Und ne Terrible Matador. Ich hab 3, äh, 2 Schritten. Ich muss trotzdem mal schnell Einer verkaufen und mir Raketenwerfer-Money holen, dazu bin ich letztens nicht mehr gekommen. Muss ich mir Kopie bespüren. Was? Wieso? Achso. Ja, weil du hast die Aufnahme, also, die, die, das Ding gecancelt. Hattet ihr nicht noch ewig lange verkauft und ich war dann schon raus. Achso, ich hatte, ne, wir können ja nicht verkaufen, so lange du rausgehst. Und, äh, wir können ja nie raus, äh, du kannst ja nie rausgehen, ohne dass wir nie mit rausgehen. Ehh, ha, 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 ha. Abgeblockt. Angriff, abgeblockt. Jetzt aber ne mehr, macht ihr draußen wieder Scheiße. Genau das wie immer, genau. Unser Ritual machen wir. Ne, ich geh hinten hin Hör, schweben wir uns schnell in die Karte. Hm, die Fugel ist bloß. Ich kriege die Fugel, die wir rauskriegen. Warum soll der Kugel am Arsch, ey? Ich sitz gerade aufm drin, wie geil ist das drin. Es gibt nur Quatsch in der Aufnahme, ey. Das ist unnormal mit dem vernünftig gespielt. Oh, Fett. Hier hinten gibt's noch Geld. Ey, nehm ich mit. Nur bei Klappe. Okay, das ist Matt Mel. Ich kenn ihn. Der hat mir aber den ganzen Kragen gekauft. Ich muss gerade pissen und das mitten in der Aufnahme, ey. Ach, ey, das macht man doch vorher. Echt super Vorbereitung, ne. Wir müssen noch die Ventile, also in Ventil schließen. Achso, du bist schon auf dem Weg da hin. Übrigens, wenn wir Matt Mel besiegt haben, kommen wir in den nächsten Bereich. Also kommen wir in die nächste Stadt. Jetzt hängt die mich ab. Och, nö. Tja, zu früh. Ja komm. Ja komm. Sag du, wenn diese... Müssen wir denn hin? Verantworten wir uns nicht gegen, hätte ich beschießen, glaub ich. Wie stark lang. Doch. Dann steig raus. Ja, wir müssen da, wir müssen dahinter, kommst nicht durch sonst. Dann hätte ich ja durchkommen können mit... Mit'n Auto kommst du ja nicht durch. Jetzt komm ich nicht durch. Mit'n Auto kommst du doch nicht durch. Ja, ich wär' unser Grab so nicht fast durchgekommen. So, fast nie meinst du? Ja, fuck it. Ähm. Das Ding war ja ewig nie tot, ey. Guck, die Shotguns kann das in Level 1, direkt... Direkt Level 1? Nett. Ah, die macht kaum Damage. Explosiver Schild? Ich hab' immer draufgeschlagen, dann sind wir auch tot. Ist ja auch bloß Notbehealth. Notbehealth. Es steht nie Explosiver Schild, da steht Explosiver Skitit oder sowas ähnliches. So, ja. Das ist das Vieh. Das Ding ist verpufft wie sonst was. Ja, und hat dir Schaden gemacht und explodiert. Warst du schon? Für die Quest? Ja, haben wir noch mehr Quests, die hier sind? Stimmt, oder? Die rote Strecke von Pandora, die Geister der Kammer. Äh, Wubi, du musst schon aufpassen, ja. Ja, ich ändere grad die Mission. Deswegen hab' ich da euch. Du kannst mal die Geister der Kammer machen, oder? Oder wir machen halt die rote Strecke. Auch dafür sowas wie die Munition. Knallharter. Ja. 1000 XP. Nett. Ich glaub, die macht vor allem so wenig Damage, weil ich halt kaum Erfahrung hab. Ja. Ja, auch. Ja. Du kannst einfach draufschlagen. Ja, aber das Problem ist halt, dass... Weil ich gemerkt hab, mit nem Revolver draufschlagen bringt's nicht. Wir haben gar keine rosa Waffe mehr. Ja, genau. Ja, ja. Meine Koffer, die Gubi jetzt benutzen muss. Ruhig missbrauchen. Peter kriegt was er verdient. Das sieht super schon putzig aus, ich in diesen Riesengeschub drinne. Es sieht sehr sinnlos aus. Ach, wir haben ja gar nicht, das Riesenfeeder haben wir gar nicht getötet, oder? Nein. Das ist ein Teil der 18 Herausforderung. Müssen wir mal machen auf dem Rückweg. Ja, auf dem Rückweg. Hier müssen wir jetzt diese ganzen Vieche, die jetzt aus der Erde kommen, das machen. Ja, das erste hängt dir direkt als Front-Spoiler vorne dran. Für Mini. Ja, bei mir schon. Da, du hast bis dahin geschleppt. BAM! Ja, das fragt euch selber. Äh. Hier kommt noch mehr. Benni, du musst du... Marco ist noch übelst seit hinten. Ich war die Rennstrecke, ist doch scheißegal. Hier kommt eigentlich noch mehr. Hä? Ich gube nicht mal. Ah, die kommen alle hinter uns raus. Ah, das ist natürlich... Da sagt halt einiges. Bam. Bam. Das war ein kleiner Haut auf meiner Meinung nach. Bam. ich glaube ich brauche nicht schießen oder ich brauche das mitfahren ja eigentlich kannst du schon schießen da sind wir eigentlich ohne Fahrzeuge machen bringt uns viel mehr XT wir haben aber nicht gedacht ohne Fahrzeuge zu machen weil hier Haufen rumliegt du kannst ja einsammeln gehen du kannst über die Strecke laufen und einsammeln ich hoffe er sammelt mich dann irgendwo ein flopp flopp ich hab noch 79 Rüstung mit dem Auto ich hoffe ich geh jetzt nicht irgendwo drauf ich denk mal nicht ich geh eher drauf, guck mal wie mein Auto aussieht mhm mhm achso, brennt er ladt halt ne Weile lang auf ja mach ja schon, hat grad bisschen gebrannt ich sammle dabei jetzt Geld auf was und dann alle kriegen das passt dann schon ups was macht ihr denn für Dreck? er ist bloß an dem Vieh vorbeigefahrenen größten und so findenden Kaufzeichen, wenn ihr sicherlich eure doofen XP vor mir aufblenden aber ich hab die ganze Muni schon voll ich sammle grad echt bloß das Geld auf gut reicht doch, weil wir verbrauchen ja auch keine Muni ja, schön fertig ja da hinten lag noch überst du hier, wollt ihr das aufsammeln? Boah ein knallt, harter Feuer wow, fuck yeeeeeee wer hat das Feuer? ich brenne hier bissl es wird dann lustig wird ein ziemlich feuriger kann mich irgendjemand abholen? ich bin jetzt ziemlich in der Mitte Ich bin auf dem Weg Ok Wow, das Fahrzeug sieht ja echt nicht gut aus Haha, sag ich doch, aber ich lad grad auf Hier hängen grad so ein Ding in der Luft rum? Naja egal Bei mir hängt nix in der Luft rum Ich halte mich mal fahrbereit Runter oder? Weiter Oder auf Gobi warten oder? Moment Ich brauch nämlich grad mal bitte Ich würd mal Großwildjäger gerne machen als nächstes Level 20 ist das auch Der macht gleich mal alles platt oder was? Nicht alles Aber vieles So, wenn ich würde übernehmen Das ist Großwildjäger Du schießt scheiße Du schießt scheiße hat er mir dazu gesagt Weil er wechselt vom Schützenplatz auf den Fahrerplatz Und mit den Worten du schießt scheiße Finde den Fehler Wir müssen hier rein Der der Crap macht Ihhh, das Vieh ist so riesig Ach ne, Moment mal Wir müssen doch erstmal den Köder Ach ne, den Köder haben wir schon Den Köder haben wir schon Den müssen wir hier rein, genau Ja, das kommt dieses Riesenvieh Genau Naja, das werden wir auch noch schaffen Dann krieg ich nämlich ne neue Sniper Wuhuu Da ist noch übelst hier feindliches Zeug Ach so egal, da sind irgendwelche Skitit oder sowas Ab zum Köder Oh, hier ist ne SMG 26 Schaden Ja, meins ist es nicht Ja 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 Ich würd auch sagen Wenn Scanner von euch haben will Dann sollte man denjenigen, der sonst auch kriegt Die Atten kriegen Habe ich es eröffnet? Nein, ist es noch nicht Weil wir müssen erstmal den Köder Ja, wir müssen den Köder hier aufspießen Dann kommt das Vieh aus der Höhle erst Jetzt kommt es Jetzt ist die Party eröffnet Ja Toll und ich muss erst nachladen Tolle Vorbereitung Ja, wie immer Wah Oh no ey Die ist schon so gut wie im Eimer Hä, wo ist das so gut wie im Eimer? Das war Spaß Ich lauf mal schnell um mein Leben Boah, warum springt das immer ey? Ihr müsst wenn der auf dem Boden aufkommt auch hoch springen Da gibt ja kein Schaden davon Oder kaum Ich seh nichts mehr Ich hab die starke Vermutung mir geht hier die Munition aus Bei der Aktion Ja, vielleicht hast du vorher mal dein Waffendeck einfach mal ganz Ich hab das schon geupgradet Ich hab das schon geupgradet Bei dem mal Geht das blödes Vieh Geht direkt neben dem Vieh Vielleicht sollte ich mal Färzeuge anwenden Kannst du tun bei dem Vieh Ah, komm her du Das Ding ey Oh, der Todesstrahl, ich müsste ausweichen Aber egal Wenn man den nie abkriegt, kann man da super ins Maul schießen, wenn das Vieh das benutzt Der Hälfte aller Dinger geht daneben, weil das Ding springt wie so ein Kinkuruf Wow, 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 geh weg Du regenerierst doch Leben Wie oft willst du noch springen? Sehr kurz! Ach, der Todesstrahl wieder Ach, der Todesstrahl wieder Wow, 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 wow Benni, willst du vielleicht mal deinen Flattring einsetzen? Hab ich doch schon hier dreimal eingesetzt Achso, deswegen geht das Vieh so in die Knie So geht das wie Knie Irgendwie legt mein Berserger total wenig zu Los, komm, mach den Flatt, ey Wie schwer das ja nicht sein Ich kann immer nie in die Fresse schießen, wenn ihr den scheiß Strahl macht Ah, keine Muni mehr So ein Flammenwerber zumindest So ein Flammenwerber warst, ein Flammenwerber Ja, du Sexy, ey Toll, jetzt wo mein Berserger alle ist, fängt das ganz hell aus nicht Jo, alter Jo, alter Gut, dass wir Leben regenerieren, dadurch kriegt Gubi überhaupt noch ein bisschen Leben wieder zurück Ah, Todesstrahl Schlag ich halt zu 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 Oh, endlich Ey, 12.000 XP für das scheiß Ding Helix Rocket Launcher Ein Felix Rocket Launcher Ein Felix Rocket Launcher Ein Helix Helix Jaja, ich weiß Der schießt ja 3 Raketen auf einmal Ja, aber er macht halt 3x 269 Schaden, das sind... Hier ist noch eine Schrotflinte Aber die wollte er eh nie haben Aber die wollte er eh nie haben Äh, legt noch ein Revolver, den hab ich wieder fallen lassen 87, das ist das Doppelte an Na gut, aber es sind halt 3 Raketen Was, wo liegt noch ein Revolver? Irgendwo da hab ich einen droppen lassen Ja, ja Legt einer Ein Jeep Revolver 214, die das Geld wert Ja, verkauf ich halt Da ihr ihn bestimmt auch nie haben wollt, verkauf ich ihn halt Jö Da hinten ist noch ein Drecknet Äh, die ist noch eine Schrotflinte, 900, willst du die nicht verkaufen? Äh, die hab ich noch gar nicht gesehen Du hast denn du da eigentlich Hast du auch einer mit einem komischen Visier Irgendwie so einem 3x Visier drauf 7x26 Ja, der ist die Wache wesentlich, aber es geht darum, sie zu verkaufen Okay Ey, ich hab ne Elementarwache gefunden Ja, du hast eine Explosivwache gefunden Stimmt, kommt grad dieses schöne Tooltip, du hast eine Explosivwache gefunden Ja, das ist wie, ähm, akzeptieren sie die Lizenzvereinbarung? Ja, drück endlich weiter Ähm, weiß nicht, wollen wir jetzt erstmal alles machen sozusagen? Ne geisterter Kammer weitermachen? Ja, ich würd erstmal alles abschließen Und dann alles auf dem Haufen abgeben Los, Gubi, ab zum Wagen da Die wäre arschweit Nichts, was sollte man ich? Die Autos am... Ausgang trocken? Ja Oder du tust irgendwo dazwischen, zwischen außen Eingang Ich würd dann trotzdem mal ganz ganz schnell aufs... Mach halt Ich setz mich in der Auto rein, da bin ich ja halbwegs sicher Dann müsst ihr halt mal zusammenfauen Dann wieso setzt du dich da einfach in den Schützenplatz und dann fährt dich jemand durch die Gegend? Äh, ach so, stimmt Okay Und dann warten wir halt, bis du wieder da bist Jo, ich bin gleich wieder da Yeah, ich bin total erfolgreich Wie? Warte mal, ich versuch grad was anderes Aber irgendwie geht das grad nicht mehr Oh, schade Weil vorhin ging das doch... Lol Echt? Erfolgreich! Geht doch Das hab ich eigentlich versucht Hier, das Auto durch die Gegend schmeißen Total geil Lied das bei dir auch so lustig aus? Ja Wuhuuu Ich beschädig's, der bleibt bloß immer glaub ich So, jetzt steht's wieder Ja, ist ordentlich beschädigt jetzt So, können wir schon mal in die Richtung fahren, wo wir hin müssen? Wir sind so perfekte Fahrzeuge, die müssen wir nicht lang verweiter Lässt mir immer hinten rein Da muss ich brauchen Was? Ohne Scheiß, da ist ne Mauer Oh Oh, verdammt Genau, da müssen wir hin Komm mal genau im richtigen Augenblick, wie ich das merke Ja, baller sie ab Ja, baller sie ab Ich bin jetzt grad ausgestiegen Was soll das denn? Na toll Bin ich da ziemlich im Arsch Nur weil ich mich eh mal verklickt hab, ey Ähm, Kopi, warum bist du nicht ausgestiegen? Feige Sau! Weil Morgos sich gern mit denen geschützt Wie gesagt, was hat man letztens über den Bloodwing gesagt, Penny? Na, dass wir da sind los Und er läuft einmal quer durch den Sniper durch Du bist echt so ein Typ Und dann nicht mal die Gegner treffen, ey, ehrlich Ach, ruhig, der übelst verschwommen mit dem Ding Wenn ich Bärsager aktiviert hab, soll ich übelst verschwommen Was macht denn die da drüben, die SMG? What? Geht's doch Komm her, mein Zauberdränkel Ich bin trotzdem bei der Aktion, aber naja Kommst du nicht rein, oder? Doch, ich hab's jetzt So, alle bitte auf den Fahrstuhl Ja, ich brauch noch mehr Ach, mach halt Ach so, denk Jetzt wird's nämlich gleich richtig lustig Ja, toll Und ich hab ja so viel Energie Vor allem, weil sich die Farben erstmal verändern Du kriegst doch wieder Energie Ach, verdammt, wenn man fehlt, ey, wenn man Haupt fehlt Äh, wo rennt denn der hin? Ja, wo rennt's du denn hin? Zu dem Typen Zu dem Typen Du bist da Ja, weil Gubi überhaupt nie Ey, ich sterb gleich Ey, ich sterb gleich Boah, alter Oh, Muni bleibt alle Danke, hab ich grad mal so einen Flammwerfer, ähm, Raketenwerfer gezogen Alter Schwede, ey, das geht einmal gar nicht Das hat Level N20, ne? Komm her, du Big Griffel, ey Toll, keine Muni mehr Ach, so geil, dass du die Lebensenergie wieder bekommst Geht doch Hier ist ein Granatennot Ist das direkt am Point, wo man sich Munition holt, ne? No Nie den, ey Das war ein Rocket Launcher, Entschuldigung, den geb ich dir wieder Ja, mit Ruhe Ich sterbe mir zuerst mal hier